Hallo, schön, dass du auf meine Seite gekommen bist. Heute geht es ja um Lebe und finde deine Berufung. Ja, das ist ein großes Thema, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges und eigentlich das Wichtigste unserer Themen. Es geht darum, dir ein glückliches und erfülltes Leben in allen Bereichen zu ermöglichen. Ja, ich habe den größten Teil gefunden. Ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren an mir und bin so weit, dass ich es in die Welt raustragen kann. Es geht ja darum, dass wir aus unserem Hamsterrad rauskommen und rein in unser richtiges Leben, dass wir unser Potenzial finden, wo wir gerne arbeiten und wo wir gut arbeiten und das Wichtigste, womit wir dann wirklich auch das Geld verdienen, womit wir gut leben können. Damit wir das können, müssen wir natürlich konstant lernen und wachsen. Es geht nicht nur um pure Befriedigung des eigenen Egos, nein, es geht besonders auch um andere Menschen, um Miteinander, Füreinander. Ja, das möchte ich gerne in die Welt rausgeben. Willkommen bei meinem Glücklichsein. Ich habe dir die sieben optimalen, super guten Fragen, die ich dir gerne senden kann. Das sind denkanstoßende Fragen, um deine Berufung zu finden. Ja, trage unten deine E-Mail-Adresse ein und dann warte auf mein Mail. Ich sende dir dann meine sieben Fragen. Wenn du die bearbeitet hast, dann kommst du schon ein riesiges Stück weiter. Du bekommst es von mir natürlich kostenlos, denn ich möchte, dass auch du weiterkommst, dass du deine Berufung findest, dass du glücklich und zufrieden lebst mit genügend Geld, so dass wir das machen können, was wir wirklich wollen, dass wir glücklich sind. Also, trag unten deine E-Mail-Adresse ein und warte auf mein Mail. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Jahr 2018. Das ist das Jahr, wo wir alle erfolgreich werden. Du wirst es sehen. Trag dich unten ein und schau dir meine Fragen an. Tschüss!